Der steuerliche Verlustvortrag ist bei der Einkommensanrechnung bei der Witwenrente oder an die Witwenrente nicht zu berücksichtigen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich habe am 21. Februar 2024 einen Beitrag veröffentlicht zum Thema Abzug, Verlustvortrag bei Einkommensanrechnung bei der Witwenrente. Und zwar habe ich da mitgeteilt, dass das Bundessozialgericht am 22. Februar 2024 über die extrem spannende Rechtsfrage entscheidet, ob ein Negativeinkommen bei der Anrechnung des Einkommens bei der Witwenrente erfassbar ist, also ob das zu berücksichtigen ist oder nicht. Und heute am 22. Februar 2024 hat das Bundessozialgericht, der 5. Senat, in der Tat entschieden und hat gesagt, meine Damen und Herren, dass der steuerliche Verlustvortrag bei Witweneinkommen nicht zu berücksichtigen ist. Das heißt also, die Rentenversicherung hat hier im Revisionsverfahren gewonnen. Das BSG schließt sich sozusagen den Vorinstanzen an. Die haben im Rahmen der Einkommensanrechnung auch schon geurteilt, dass ein Verlustvortrag nach § 10d Absatz 2 Einkommenssteuergesetz nicht bei der Einkommensanrechnung auf hinterbliebenen Renten mit einzubeziehen ist. Es bleibt sozusagen bei der Rechtslage des am 1. Januar 2002 eingeführten § 18a Absatz 2a SGB IV. Und diese Vorschrift, um die hier gestritten wurde, die soll sicherstellen, dass für die Einkommensanrechnung grundsätzlich alle Arten von Arbeitseinkommen berücksichtigt werden, dass außer Achtlassen eines steuerlichen Verlustvortrags entspricht, so das Bundessozialgericht heute in seiner Entscheidung und diese Entscheidung ist wirklich wichtig für die Praxis, dem Sinn und Zweck der hinterbliebenen Versorgung. Diese dient als Ersatz des Unterhalts, der aufgrund des Todes des Versicherten nicht mehr geleistet wird. Ja, also wenn sie verheiratet sind und ihr Ehegatte stirbt, dann fällt sozusagen Ehegatteneinkommen weg und dieses weggefallene Ehegatteneinkommen wird durch die Witwen- oder Witwerrente ein, sagen wir mal, ein wenig ausgeglichen oder zum Teil ausgeglichen Unterhaltsersatzfunktion. Eigenes Einkommen des Hinterbliebenen wird dann in einem bestimmten Umfang angerechnet, weil der Hinterbliebene sich dadurch ganz oder teilweise selbst unterhalten kann. Ja, also wenn jemand Einkommen hat, dann wird es halt eben bis zu einem oder ab einem bestimmten Betrag dann angerechnet. Abzustellen ist dabei auf das verfügbare Einkommen, dass ein Hinterbliebener berechtigt ist, seine Einkommenssteuerpflicht im Veranlagungszeitraum zu mindern, indem er negative Einkünfte sozusagen in Abzug bringt, sagt aktuell über seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nichts aus. Deshalb so das BSG bleibt steuerlicher Verlustvortrag bei Witweneinkommen außen vor bei der Einkommensanrechnung, sodass es immer noch so bleibt, wie gehabt, dass hier das zu versteuernde Einkommen bei selbstständiger Tätigkeit als anrechenbares Einkommen zu berücksichtigen ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Schauen Sie sich einfach bitte mal unseren Beitrag vom 21.02.2024 auf rentenbescheid24.de unter aktuelles an. Ich werde diesen Beitrag auch hier in diesem Video nochmal verlinken. Selbstverständlich werden wir hier auch, wenn dann die entsprechende Mitteilung des BSG vorliegt oder die Urteilsgründe dann noch konkreter vorliegen, hier auch nochmal einen entsprechenden Beitrag dazu veröffentlichen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.